Die erste Sendung im neuen Jahr und wie Sie uns schwer erkennen können, geht es heute um das Thema Turnen, ein fantastischer Sport. Und unsere Gäste sind auch schon da. Es ist mehr oder weniger die deutsche Turnelite Philipp Boy, Marcel Nuyen und auch der ZDF-Turnexperte Ronny Ziesmer wird unser Gast sein. Nachdem aber an diesem Samstag so viel toller Sport auch passiert ist, zeigen wir Ihnen jetzt erst einmal unsere Themen im Überblick. Jawohl. Und dann würde ich vorschlagen, die Moderatorin dieser Sendung geht sich jetzt erst einmal umziehen und zeigt Ihnen in dieser Zwischenzeit Handball. Handball-Weltmeisterschaft. Gestern hat das Turnier in Spanien begonnen und heute hatte die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihren ersten Auftritt gegen Brasilien. Lars Routemann.